Wie ist die Welt entstanden? Eines dieser großen Geheimnisse, die in unserem Sonnensystem beheimatet sind, ist die Frage, sind die Planeten, die wir kennen, die einzigen im Sonnensystem oder gibt es nur andere? Und das ist eine Frage, die schon lange diskutiert wird, deswegen soll die Frage heute sein, gibt es einen zehnten Planeten? Gibt es einen weiteren Planeten im Sonnensystem, den wir noch nicht kennen? Wenn, ne, irgendeinen Planeten X, deswegen benutze ich jetzt einfach mal das römische X für 10, gibt es einen zehnten Kompagnon? Also jetzt nicht zu verwechseln mit Akte X. Obwohl wir im Laufe dieser Sendung auf einige Dinge zu sprechen kommen werden, die möglicherweise was damit zu tun haben könnten, mit diesen merkwürdigen Dingen. Aber wie fange ich an? Zehnter Planet. Wie könnte man denn überhaupt feststellen, ob es noch einen weiteren Planeten geben könnte, wenn man ihn sieht? Wenn man ihn entdeckt natürlich. Also wenn man irgendwo einen Wanderer, Planeten sind ja Wanderer am Himmel, wenn man einen Punkt am Himmel finden würde, der sozusagen am Himmel entlang wandert. Der also schneller läuft als alles andere, was am Himmel zu sehen ist. Die Fixsterne stehen ja fix am Himmel und davor laufen die Wanderer, die Planeten. Nun, angefangen hat alles damit, dass man arrogant war. Wir Physiker sind ja sehr arrogant. Wir sind ja Chauvinisten, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Aber Chauvinismus ist ja der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Und wir Physiker, wir glauben, dass die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde haben, überall im Universum die gleichen sind. Das ist ein ziemliches Ding. Aber wir werden bei Gelegenheit mal wieder darauf zurückkommen. Hier geht es darum zu erklären, dass die Schwerkraft und die Zentrifugalkraft, also die Kraft, die dadurch entsteht, dass ein Körper sich um etwas anderes herumdreht, dass diese Kräfte überall im Universum die gleichen sind. Das heißt also vor allen Dingen, dass die Planetenbahnen, also die Bahnen der Planeten um die Sonne herum, gegeben sind. Erstens durch die Masse, die die Sonne hat, vor allen Dingen die Sonne. Die Sonne hat ja 99,9 Prozent der Masse im Sonnensystem. Und zum anderen aus der Rotationsgeschwindigkeit des Planeten. Wenn ich die Geschwindigkeit messe, die der Planet hat, dann weiß ich a ganz genau, wo er zu sein hat relativ zur Sonne. Und ich kann sogar die Masse der Sonne bestimmen. Nun, wenn unsere Arroganz stimmt, also unser Chauvinismus richtig ist, dann müsste man aus der Bahn eines Planeten ausrechnen können, welche Kräfte an ihm ziehen. Also Schwerkraft und Zentrifugalkraft. Und das haben wir gemacht. Himmelsmechaniker. Also das sind jetzt keine Männer und Frauen, die irgendwie mit Schraubenschlüsseln an dem Himmel herumdrehen, sondern das sind die Leute, die die Kraftgesetze des Himmels erkunden. Also Schwerkraft vor allen Dingen und diese Zentrifugalkraft. Das haben die gemacht. Fangen wir mal an mit dem innersten Planeten. Merkur. Der ist ja sehr nah an der Sonne dran. Und bei Merkur ist schon was aufgetaucht, was man überhaupt nicht so richtig verstanden hat. Die Bahn des Merkur, stellen Sie sich vor, Sie haben so einen Teller vor sich, die Bahn des Merkur eiert nämlich. Also praktisch wie so ein Teller auf so einer Jonglierstange, können Sie sich vorstellen, die Bahn des Merkur eiert. Ja, da haben sich einige Leute gedacht, das darf eigentlich gar nicht sein, dass die Merkurbahn eiert, denn die Sonne ist immer da, wo sie ist. Sie ist diejenige, die alles anzieht. Also wieso sollte die Bahn des Planeten auf einmal eiern? Und ruckzuck fand man natürlich eine theoretische Lösung, dann muss es eben noch einen zweiten Planeten geben, der viel näher an der Sonne dran ist als Merkur und der den Merkur in seiner Bahn beeinträchtigt. Denn, Chauvinismus, Chauvinismus, es gibt ja nur die Schwerkraft, die an der Masse Merkur ziehen kann. Und da brachte man dann den Planeten Vulkan, also nicht jetzt Spock, nee, nee, sondern man brachte 1800, wann war das, zwischen 1715 und 1820, brachte man den Planeten Vulkan ins Spiel. Das sollte ein Planet sein, der so nah an der Sonne war, dass man ihn nicht sehen konnte, der praktisch durch die Helligkeit der Sonne völlig überdeckt war, aber der den Merkur in seiner Bahn verdrehen soll. Schon hatte man einen zehnten Planeten. Dann gab es auch noch Amateurastronomen, die angeblich diesen Planeten gesehen haben wollten, praktisch vor der Sonnenscheibe, dass man so ein dunkles Pünktchen gesehen hat, war aber alles Quatsch. Es hat sich herausgestellt, es gibt diesen zehnten Planeten nicht innen drin, denn wie Einstein 1916 sauber vorrechnen konnte mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, ist die Bahndrehung des Merkur ein Effekt der gekrümmten Raumzeit. Also die Sonne, die krümmt ja die Raumzeit sehr stark und der Merkur merkt diese Krümmung von allen Planeten am stärksten. Die sogenannte Periheldrehung des Merkur ist ein Effekt der allgemeinen Relativitätstheorie. Nun ja, Chauvinismus hin, Chauvinismus her. Es gibt noch einige andere Planeten im Sonnensystem, die merkwürdige Bahnstörungen zeigen, bei denen man viel erfolgreicher die Gesetze der Himmelsmechanik angewendet hat, nämlich die äußeren Planeten. Also bis 1700 und Pan 50 waren ja nur bis zum Saturn die Planeten bekannt, also nur die vier inneren und dann gab es Jupiter und Saturn. Die nächsten Planeten wurden nur entdeckt, also der erste, der war der Uranus, den hat man durch Zufall entdeckt. Der Herschel hat ihn entdeckt und dann stellte man fest, dieser Planet Uranus hat auch keine Bahn, die alleine nur durch die Anwesenheit der inneren Planeten und der Sonne erklärt werden kann, sondern da muss noch irgendwas an ihm ziehen. Dann machten die Theoretiker wieder diesen Chauvinismus, sagten, naja, wenn das hier so ist, dann muss das da auch so sein, also muss es da draußen einen Planeten geben. Das Tolle ist, bei der Berechnung dieses neuen Planeten machten die Theoretiker so viele Fehler, wenn man sich im Nachhinein die Rechnung anguckt, die Beobachter hätten nie den Neptun finden können, nie. Aber das Interessante ist, die Fehler haben sich alle gegenseitig quasi ausgeglichen, wie man das ja so kennt von der Schulaufgabe, man macht oben einen Fehler und unten einen Fehler und unten kommt das richtige Ergebnis raus, weil die Fehler sich ausgeglichen haben. So wurde dann Neptun entdeckt. Neptun hatte aber immer noch eine Bahnstörung, die man nicht richtig erklären konnte. Also musste noch was weiter draußen sein. 1930 entdeckte man dann den Pluto. Und 1979, weil der Pluto immer noch eierte, der eiert übrigens sehr stark, fand man seinen Begleiter Charon. Die beiden sind, 1979 doch, ja, die beiden sind also zwei, ja, Planeten kann man nicht sagen. Gott, die zwei haben zusammen höchstens ein zweitausendstel Erdmasse. Das sind Brocken, aus denen vielleicht mal Planeten geworden wären, wenn sie irgendwo eingeschlagen wären, sind sie aber nicht. Ja, also bei Pluto und Charon, da war es so, gerade bei Pluto dachte man am Anfang, der Planet, der müsste viel schwerer sein. Und ist der ewig weit weg? Der braucht ein paar hundert Jahre, um die Sonne herum zu rotieren. Wir rotieren das wirklich weit weg. Also deutlich weiter als Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Also schon im Lichtstundenbereich. Wissen Sie noch? Erde, Sonne sind acht Lichtminuten. Jupiter ist fünfmal so weit entfernt von der Sonne wie die Erde. Das ist also 40 Lichtminuten entfernt. Der Pluto ist bereits im Lichtstundenbereich da draußen. Also das Licht braucht wirklich eine Stunde, um von der Sonne bis zu ihm zu kommen. Noch mehr sogar. Deutlich mehr. Soweit klar? Also Lichtgeschwindigkeit ist die Sache mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Nur, dass das nochmal klar ist. Es kommen ja auch immer wieder neue Zuschauer zu Alpha Centauri, denen muss man das ja auch nochmal jetzt klären. Wobei stehen geblieben? Genau, beim Pluto. Beim Pluto dachte man, weil die Bahnstörung vom Neptun, der ist ja auch schwer, dachte man, der Pluto muss ein sehr, sehr schwerer Planet sein. Bis man dann gemerkt hat, der ist quasi nichts. Der ist noch leichter als der Mond. Und der hat einen Begleiter, Charon, der ist auch nicht viel schwerer. Also die beiden Planeten können auf keinen Fall die Bahnstörung dieser größeren Planeten da draußen erklären. Und so war eigentlich schon immer mal wieder so, wie soll man sagen, das Gerücht unter den Chauvinisten, also unter uns Physikern, unter uns Astrophysikern, da könnte doch vielleicht noch irgendein zehnder Planet ganz, ganz, ganz weit draußen existieren. Und dass da draußen was sein muss, war klar. Das will ich Ihnen einen erzählen. Wir haben ja so manche Sonde schon ins Weltall geschickt. Und eine davon ist Pioneer 10. Die ist also schon vor etlichen Jahren, Jahrzehnten rausgeschickt worden. Das heißt, sie ist schon jenseits der Pluto-Bahn inzwischen. Ganz, ganz weit weg. Und diese Sonde, die Bahn dieser Sonde, die hatte in dem Laufe der 90er Jahre immer mal wieder merkwürdige Bahnänderungen. Quasi Bahnstörungen. Störungen, die man sich nicht so einfach erklären konnte. Denn bis dahin flog das Ding genau so, wie man es vorher berechnet hatte. Was ist da passiert? Nun, offensichtlich gibt es da draußen Massen, also vielleicht Brocken, die so ein paar hundert Meter groß sind, die diese leichte Sonde, die selber auch nur im Kilogrammbereich ist, also in einigen hundert Kilogramm schwer, die diese leichte Sonde von ihrer Bahn haben abgezogen, gestört haben. Also da draußen scheint es den sogenannten Kuipergürtel zu geben. Das ist schon lange in der Diskussion. Also, dass man einen Gürtel hat von größeren Brocken, die um das Sonnensystem herum liegen. Und diese Brocken können Kraft ihrer Schwerkraft solche kleinen Objekte, wie so eine Sonde, wie ein Pioneer 10, tatsächlich in ihrer Bahn stören. Sodass wir heute praktisch den direkten Beweis dafür haben, da draußen gibt es mindestens Brocken von einer bestimmten Größe und Schwere, die also sowas wie die Pioneer 10-Sonde ablenken. Das war klar. Naja, wie gesagt, man hatte immer wieder mal versucht, auszurechnen, wie könnte so ein Planet da draußen aussehen, wie muss er aussehen. Also, und dann kam der Oktober 1999. Da hat ein britischer Kollege sich Folgendes überlegt. Er hat gesagt, wenn es denn einen solchen Planeten geben könnte, oder sollte, dann müsste man das ja irgendwie sehen an der Bahn der Kometen. Kometen, das sind diese langen Schweifsterne, die genau dann im Sonnensystem überhaupt erst sichtbar werden. Diese großen Eisbrocken, wenn sie in die Nähe der Sonne kommen, das Sonnenlicht taut die an, dann entsteht ein Schweif und dieser Schweif ist immer von der Sonne weg, zeigt immer von der Sonne weg, weil die Sonne bläst ja an Wind. Und dieser Wind macht diesen Schweif sozusagen und dadurch können wir das prima sehen. Sie kennen das, Hell, Bob und so weiter und so weiter. Hellische Komete. Was der britische Kollege gemacht hat, ist, er hat sich den Himmel rundherum angeguckt und hat sich angeschaut, von wo kommen die Kometen mit den langen Perioden. Also, die langperiodischen Kometen. Jetzt hatte man gedacht, nun, wenn es diese Gürtel überall um uns herum gibt, die sind vielleicht sogar Kugelschalen um die Sonnensysteme herum, dann sollten die Kometen von allen Seiten gleichzeitig kommen. Also nicht gleich, sondern gleichmäßig. Also, es sollte keinen Unterschied machen, ob ich dahin gucke oder dahin gucke oder dahin. Die Kometen sollten von allen Seiten gleichmäßig kommen. Er fand aber heraus, das stimmt nicht. Er fand heraus, dass es einen bestimmten Himmelsbereich gibt, aus dem kommen statistisch mehr Kometen als aus einem anderen. Und zwar statistisch so signifikant, dass er gesagt hat, Moment, in diesem Teil scheint es eine Quelle von langperiodischen Kometen zu geben. Also, als ob da quasi eine Kanone sitzt, die uns immer mal wieder einen langperiodischen Kometen hier reinschickt. Was kann das sein? Kometen sind massebehaftete Körper, also muss ein massebehafteter Körper da draußen sitzen, der dafür verantwortlich ist, dass die Kometen sich hauptsächlich aus diesem Bereich kommen und in das Sonnensystem eindringen und nicht daher. Welche Möglichkeiten gab es? Tja. Er rechnete aus, halten Sie sich fest, ein zehnter Planet, ein halbes Lichtjahr von der Sonne entfernt, mindestens so schwer wie der Jupiter und höchstens so schwer wie zehn Jupitermassen. Nun, das Problem bei dieser Entfernung von einem halben Lichtjahr ist, Sie können den kaum entdecken. Der Hund ist sowas von dunkel, da haben Sie keine Chance. Nächstes Problem, eins bis zehn Jupitermassen. Was soll das sein, bitte? Ein Stern, der muss deutlich schwerer sein als zehn Jupitermassen, also deutlich. Was soll das für ein Ding sein? Wir stehen heute vor dem Problem, wenn dieser britische Kollege recht hat, dass diese langperiodischen Kometen von da draußen wirklich durch einen zehnten Planeten hereingebracht werden, dann haben wir ein Riesenproblem auf der Agenda, auf der Tagesordnung, wie und woher kam dieser riesengroße Begleiter. Er ist kein Stern, dafür ist er zu leicht. Er ist aber eigentlich auch kein Planet. Bei zehn Jupitermassen, das hieße, das sind 3200 Erdmassen. Ist es vielleicht ein entlaufener Planet von irgendeinem anderen Nachbarstern oder vielleicht ein entlaufener, kleiner, brauner Zwerg, aber dafür ist er eigentlich zu schwer. Wir haben also wirklich ein Mysterium hier direkt vor der Haustür. Mindestens so mysteriös ist der Planet X wie die Akte X. Wir bleiben aber dran und versuchen also auch nach wie vor nicht nur die Geheimnisse am Rande des Universums zu erörtern und zu verstehen, sondern auch die Geheimnisse direkt vor unserer Haustür, auch wenn wir Chauvinisten sind. und zu sehen, Vielen Dank.